Jo, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Tippspiel zu Formel 1, dem Grundpreis von Frankreich. Das Qualifying heute um 16 Uhr. Erster Valtteri Bottas, zweiter Louis Hamilton, dritter Kimmel Reiken und vierter Max Verstappen. So, das war das Qualifying, ich würde mich gerne über ein Like freuen und lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wir sehen uns, bis dann, ciao.